willkommen zur 100 unter 37 folge simu trance dass ihr mit dabei seid so kommt als nächstes der toni hat müssen was zu tun toni muss jetzt in richtung da wird aufholen so das so 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 dann wollen wir mal gucken falkenstraße bahnhof nein hauptbahnhof bahnhof 2 ab auch Vielen Dank. Mal drin. Und der Betriebsgewinn geht wieder dahin, wo er hin soll. Gute 300.000. Ist zwar noch nicht wirklich viel, aber wir haben zumindest mal wieder. Ein Betriebsgewinn. Entwickler. Tony BZ. Kleines Z. Hauptbahnhof. Pax. Diktat. Tony BZ. Ich hoffe, ich habe noch nie. Loks. Judo. Zweimal den. Starten. Loks. Passagiere. Starten. So. Dann haben wir den. Wir brauchen jetzt natürlich, woher hier nochmal Signale. Schaufe. Ach so, warte mal. Wir hatten ja in. Astraros ein irgendwas. Ein Stadtbund. Da ist der Stadtbund. Hat das Astraros ein Wachstum geschert? Nö, die wachsen weiterhin mit 90. Und das sieht hier auch ganz gut aus. Und die fahren hier auch schon relativ gut voll. Auch der ja, obwohl der noch weit im Minus fährt. 15.000 bis 20.000 im Monat. Das ist natürlich nicht ganz so pralle. Und den müssen wir noch entwickeln hier. 1, 2, 3. Dann müssen wir gucken, wie wir den noch anschließen. Wie machen die als erstes? Da fliegt eine pleue Schlange weg. Unverteid eine strengung. Danke, Herr Pagas. die beiden müssen weg du bekommst hier vorne Dein Tempo hin Dein Ausrauer Passt auch. Bist du der Falsche? Wir brauchen den hier. Bist du der Falsche? Bist du der Falsche? Bist du das? Bist du der Falsche? Bist du der Falsche? Bist du der Falsche? Du fährst dir ganz gemütlich, du fährst dir ganz gemütlich. Bist du der Falsche? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, Zufügen einfügen. Das ist dann UniBS1. Ich denke mal, dass da wohl höchstwahrscheinlich erstmal einer reichen wird. Und hier. Du kannst gleich wieder zurückfahren. Gleich wieder zurück. Und hier. 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 rastet aus. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier.